Erwin Vandenberg ist ein ehemaliger belgischer Fußballspieler. Der Mittelstürmer Vandenberg begann seine Laufbahn 1977 bei Lierse SK. Schnell spielte sich der junge Stürmer in die belgische Nationalmannschaft und wurde von Nationaltrainer Gaithus für die Fußball-Europameisterschaft 1980 in Italien nominiert. Mit diesem EM-Turnier wurde die erfolgreichste Zeit des belgischen Fußballs eingeläutet und Vandenberg war neben dem Torhüter Jean-Marie Pfaff und seinem Stürmerkollegen Jan Sölmins einer der Protagonisten des Aufschwungs des belgischen Fußball und wurde 1981 zu Belgiens Fußballer des Jahres gewählt. Er stand außerdem im Kader zur Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien und erzielte den 1-0-Siegtreffer zum überraschenden Sieg der Belgier im Eröffnungsspiel gegen Weltmeister Argentinien. Belgien schied in der Zwischenrunde des Turniers aus. Nach dem Turnier wechselte Vandenberg zum belgischen Traditions-Club RSC Anderlecht. Bei der Fußball-Europameisterschaft 1984 in Frankreich verpasste er mit seiner Mannschaft das Halbfinale durch eine 2-3-Niederlage im letzten Vorrundenspiel gegen Dänemark. Die Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko war für Belgien mit dem vierten Platz das erfolgreichste Turnier seiner Geschichte. Erwin Vandenberg verletzte sich jedoch im ersten Gruppenspiel gegen Gastgeber Mexiko und das Turnier war für ihn damit bereits beendet. Zuvor hatte er in der ersten Halbzeit noch den 1-2-Anschlusstreffer für die Belgier erzielt. Für den Rest des Turniers wurde er von Nico Klesen in der Sturmmitte ersetzt. Für Klesen war die Verletzung Vandenbergs der Durchbruch im belgischen Nationalteam. Nach der WM 1986 verließ Vandenberg Anderlecht und spielte bis 1990 in der französischen 1. Liga bei OSC Lille. Von 1990 bis 1994 stand er bei K.A. Argent unter Vertrag. Er beendete seine Karriere 1995 beim FC Brüssel. Vandenberg wurde sechsmal belgischer Torschützenkönig. 1981 wurde er auch europäischer Rekordtorschütze. Er ist immer noch der einzige Belgier, der diesen Preis empfangen durfte. Sein Sohn Kevin Vandenberg ist ebenfalls ein erfolgreicher Fußballspieler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017